Am Dienstag werden im Untersuchungsausschuss zwei prominente Zeugen befragt. Staatssekretär Josef Ostermeyer von der SPÖ wird über die Vorwürfe im Zusammenhang mit ÖBB und ASFINAG-Inseraten aussagen. Bei Umweltminister Nikolaus Berlakowitsch geht es um ähnliche Praktiken. Bei ihm betrifft es den Klimafonds. Sein Ressort wird aber auch in einem Rechnungshof-Bericht, der derzeit im Bild vorliegt, hart kritisiert. An die 30 Millionen Euro gab das Umweltministerium laut dem noch unveröffentlichten Rechnungshof-Bericht von 2006 bis 2011 für die Öffentlichkeitsarbeit aus. Fast ein Drittel davon sei in den Internetauftritt geflossen. Und das ohne Ausschreibung oder Einholung von Vergleichsangeboten, obwohl das die Kosten gesenkt hätte. Vor allem die Neugestaltung des Webauftritts sei als vergaberechtlich unzulässig und zudem als intransparent einzustufen. 13 Millionen Euro habe das Umweltministerium für Inserate ausgegeben. Wobei in landwirtschaftliche Zeitungen und in Printmedien zum Thema Essengastronomie in einzelnen Jahren beträchtliche Auftragsvolumina flossen, kritisieren die Prüfer. Zumal ein Teil in Printmedien mit untergeordneter oder nicht bekannter Reichweite ging. Und die, und das wird vom Rechnungshof nicht ausdrücklich angesprochen, sind im Umfeld des ÖVP-Bauernbundes angesiedelt. 2010 schmückte gleich 94% der Inserate ein Foto des Ministers. Damit erwecken sie teilweise den Eindruck einer Imagekampagne des Bundesministers, so der Rechnungshof in dem noch unveröffentlichten Bericht. Aus dem Ministerium heißt es dazu, man könne im Detail noch nicht Stellung nehmen. Der Bericht liege erst seit kurzem vor. Man habe sich aber immer an die Richtlinien und Vorgaben gehalten. Wie viel darf die Homepage eines Ministeriums kosten? Diese Frage wird jetzt diskutiert, nachdem der Rechnungshof die Ausgaben des Umweltministeriums für seinen Internetauftritt als zu hoch kritisiert hat. Minister Berlakowitsch weist die Kritik heute zurück. Wer auf lebensministerium.at klickt, kommt an ihm nicht vorbei. Nikolaus Berlakowitsch, Landwirtschafts-, pardon, Lebensminister. Für seine Homepage hat das Ministerium fast ein Drittel seines BR-Etats der vergangenen fünf Jahre ausgegeben, kritisieren die Rechnungshofprüfer. 4,4 für den Relaunch plus Wartung und Betrieb machst insgesamt 8,7 Millionen Euro. Kosten, die der Minister heute am Rande einer Pressekonferenz zurückweist. Die tatsächlichen Kosten für den Relaunch der Webseite des Lebensministeriums betragen nämlich rund 1,35 Millionen Euro. In der kolportierten Summe von 4,4 Millionen Euro seien Inhalte und Verwaltung der Seite mit eingerechnet. Für den Experten ist die Homepage des Landwirtschaftsministeriums eine typische Standardseite, aber mit erhöhten Qualitätsansprüchen. Bei so einem großen Projekt kriegen Sie es billiger. Das heißt, der Personentag kostet Ihnen vielleicht 600 Euro. Dann kommen Sie auf einen Preis von ungefähr so 1,3 Millionen Euro. Darin inkludiert werden aber bereits alle Inhalte bis hin zu Videos in Gebärdensprache. Wenn die aber nicht drinnen sind, ja, dann wird es schon ein bisschen viel. Zum Vergleich, die Homepage des Parlaments hat laut Rechnungshof nur knapp 2 Millionen Euro gekostet. Der Bericht liegt seit Donnerstag im Ministerbüro. Dort will man innerhalb der 3-Monats-Frist eine Stellungnahme abgeben. Ob Faymann konkretere Antworten gegeben hätte, wagt auch Moser zu bezweifeln. Dass sich der Kanzler drückt sei, weiterhin aber nicht zu akzeptieren. Denn immerhin, auch der Umweltminister lässt sich am Abend befragen, bleibt zu Beginn höflich und für die Opposition wenig konkret, gerät aber zum Schluss doch unter Druck. Denn vor allem BZÖ und Grüne werfen Berlakowitsch verdeckte Parteienfinanzierung vor. Der Minister gibt auf die Frage von Peter Pilz an, die genauen Besitzverhältnisse der mit Inseraten gesponserten Bauernzeitung, an der auch der ÖVP-Bauernbund beteiligt ist, nicht zu wissen, obwohl er, Berlakowitsch laut Pilz, selbst im Impressum steht. Ich habe ja gesagt, dass ich weiß, dass der österreichische Bauernbund einen Anteil hat, aber die genauen Besitzverhältnisse dieses Mediums waren mir nicht bekannt. Das ist kein Manko, auch wenn Sie selbst im Impressum stehen. Das sehe ich nicht so. Trotzdem muss die Optik nicht sein. Schönen Lauf. Wiedersehen. Sprachsund will keine Fragen mehr.